Jesus, sag mal, in der Welt werden die viel schweres erleben, aber habt Mut, dich hat die Welt überwunden. Letztes Jahr hatte ich ein Gespräch mit jemandem und da sagt mir der Mann, weisst du, wenn du am Abend bist, wirst du gläubig. Und das stimmt, für viele Menschen ist es so, dort wo sie anstehen und selber nicht mehr weiterkommen, dort wenden sie sich Gott zu. Erst in dem Moment, wo alle menschliche Weisheit am Ende ist, dort muss Gott irgendwie eine Lösung bereit haben. Und so bin ich ein bisschen versucht gewesen zu sagen, ja, das hat schon etwas, wenn man in Not ist, wendet man sich Gott zu. Aber wenn man auf Jesus vertraut, schon von Anfang an, dann wird man weniger da landen. Gott möchte jeden Tag mit uns unterwegs sein und nicht nur dann, wenn Probleme anstehen. Ich meine, wer wird schon gerne ignoriert und nur bei Problemen kontaktiert? Niemand, oder? Gott genauso wenig. Dass es in unserem Leben immer wieder mal bebt, dass es Erschütterungen gibt, dass wir anstehen, Probleme haben, Herausforderungen, manchmal selber verursacht, manchmal durch anderes verursacht, von dem können wir nicht flüchten, dem können wir uns nicht entziehen. Aber Jesus verspricht uns seinen Frieden in jeder Situation. Und das ist gewaltig. Weil der Frieden, den er gibt, der übersteigt alle Frieden, die ich selber produzieren kann. Die Hoffnung, die Jesus mir gibt, die überwindet alle Schicksalsschläge. Das Leben, das er mir gibt, das geht über den Tod hinaus. Das ist doch einfach fantastisch. Jesus hat die Welt überwunden und Jesus ist der, der uns Frieden schenken will. Gott bewahrt uns nicht vor den Stürmen, aber er treibt uns durch die Stürme durch. Und meine Frage an dich ist, hast du den Frieden von Gott in deinem Leben?